Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial in Word 2010. Heute schauen wir uns die Kopf- und die Fußzeile genauer an. Bei der Kopfzeile lassen sich Informationen eingeben, die sich dann automatisch auf andere Seiten übertragen. Wenn ich hier also unter Einfügen, Kopfzeile und dann Kopfzeile bearbeiten wähle, das sieht man jetzt leider nicht, das ist außerhalb vom Bild, komme ich in die Kopfzeile. Ich kann es aber auch anders machen, indem ich sage, ich klicke hier oben doppelt hinein und dann geht auch ebenfalls die Kopf- und Fußzeile auf. Hier gibt es auch einen neuen Reiter, dann Kopf- und Fußzeileentwurf und hier könnte ich das Menü ebenfalls wieder schließen. Ja, was kann man jetzt hier eingeben? Also ich gebe jetzt einfach mal meinen Namen ein, schließe das Ganze und dann schaue ich auf den anderen Seiten, was da passiert. Hier steht mein Name ebenfalls. Ich mache das mal kleiner. Man sieht hier, einmal eingegeben, auf alle Seiten übertragen. Gut, was gibt es hier noch? Ich kann hier unten auch doppelt reinklicken, dann bin ich in der Fußzeile. Hier könnte ich zum Beispiel eine Seitenzahl eingeben. Das funktioniert entweder hier, Seitenende, mittig und dann habe ich hier die Seitenzahl drin und diese Seitenzahl lässt sich natürlich entsprechend variieren. Ich könnte jetzt also entsprechend die Seitenzahlen formatieren und könnte sagen, okay, ich könnte jetzt hier noch beginnen bei die Seitenzahl mit 2 beginnen lassen. Oder ich könnte das Ganze so formatieren, dass ich sage, ich möchte auf der ersten Seite ein Deckblatt haben oder ein Inhaltsverzeichnis. Hier wird da keine Seitenzahl gesetzt. Dann könnte ich hier sagen, erste Seite anders und hier verschwinden die Inhalte dieser Kopf- und Fußzeile. Es sind nur noch die Inhalte auf den folgenden Seiten sichtbaren. Hier geht es da mit der Seite 3 weiter, weil hier auf der Seite hat man ja die 2 festgesetzt. Was funktioniert hier noch? Wir könnten hier auch ein Clipart einsetzen. Suchen wir mal entsprechend eins. Nehmen wir mal das hier her. Und dieses Clipart könnte ich jetzt auch entsprechend verschieben vor den Text. Und dann positionieren wir es hier. Und hier haben wir ebenfalls, halt in dem Fall nicht, weil wir hier sagten, erste Seite anders. Jetzt muss ich es nochmal einfügen. Also Clipart einfügen. Machen wir es ein bisschen kleiner. So, und dann haben wir auch dieses Clipart in der Kopfzeile und müssen es nur einmal einfügen.